Ich glaube, wir sind uns einig, dass Mesut Özil zu den besten Szenen aller Zeiten gehört tatsächlich sogar und auch vor allem einer der besten deutschen Spieler überhaupt. Wie würde seine Karriere verlaufen? Wir machen einen Neustart und finden es heraus. Dafür startet er seine Karriere natürlich wieder bei Schalke und hier im Hintergrund seht ihr noch das aktuelle Team mit Özil auf der 10. Im ersten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Erling Haaland, Lionel Messi, Kylian Mbappé und Karim Benzimmer. Und gewonnen hat Kylian Mbappé. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres. Viele Paris, Real Madrid und Manchester City Spieler sind dort vertreten. Schalke konnte halt am Ende der Saison sich den 11. Platz sichern. Damit war das Ziel Klassenerhalt auf jeden Fall geschafft. Im DFB-Pokal war man leider nicht so erfolgreich. Dort ist man direkt schon rausgeflogen gegen Frankfurt und am Ende konnte Dortmund den DFB-Pokal gegen Bayern München gewinnen. Die Champions League hat währenddessen Bayern München gewonnen. Individuell konnte Mesut Özil absolut überzeugen. 16 Tore und 5 Torvorlagen sind ihm sogar gelungen und er ist hoch auf eine 81 und bereit für die nächste Saison. Und an der Stelle lasst gerne ein Abo da, um weitere Spielerkerren nicht mehr zu verpassen und mitzubestimmen, welchen Spieler wir als nächstes machen werden. Und für seine zweite Saison wechselt Mesut Özil zur Fenerbahce, zu einem absoluten Top-Club in der Türkei und wir werden sehen, was dort möglich ist. Im Hintergrund sehen wir noch das aktuelle Team von Fenerbahce und natürlich mit dem Starspieler Mesut Özil auf der 10. Im zweiten Jahr sind die Favoriten auf dem Ballon d'Or Erling Haaland, Robert Lewandowski, Mohamed Salah und Dusan Vlaovic. Und gewonnen hat Mohamed Salah. Dieser ist natürlich auch im Team des Jahres vorhanden, wie viele seiner Teamkollegen aus Liverpool, sowie von Barcelona-Spieler, von Manchester City-Spieler und tatsächlich Robertson, der einfach nach Leverkusen gewechselt ist. Fenerbahce konnte am Ende der Saison den zweiten Platz erreichen, musste sich leider im Titelrennen Galatasaray geschlagen geben. Dafür konnten sie im Pokal Galatasaray besiegen und diesen gewinnen. In der Europa League war für Fenerbahce im Viertelfinalschluss. Dort ist man leider ganz knapp gegen Sporting im Elfmeterschießen erst ausgeschieden. Und am Ende hat Atletico Madrid gegen Chelsea die Europa League gewinnen können. Mesut Özil hatte währenddessen eine wahnsinnig starke Saison. 35 Tore, 17 Torverlagen, also besserer Zehner ist nicht möglich und er ist hoch auf eine 84. Und selbstverständlich bleibt Mesut Özil auch für die dritte Saison weiterhin bei Fenerbahce. Hier im Hintergrund sehen wir nochmal das Team von Fenerbahce, natürlich mit Mesut Özil auf der 10 als Starspieler, aber auch die Spieler um ihn herum haben sich gut entwickelt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in der dritten Saison sind Erling Haaland, Kylian Mbappé, Mohamed Salah und Kai Havertz. Und ein weiteres Mal konnte Kylian Mbappé den Ballon d'Or gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, natürlich mit Mbappé, aber auch zwei deutschen Spielern diesmal und zwar Kimmich und Kai Havertz. Und in der zweiten Saison von Mesut Özil hat es Fenerbahce geschafft, den Ligatitel zu holen. Diesmal haben sie sich auch in der Liga gegen Galatasaray durchsetzen können. Und auch im Pokal war man wieder erfolgreich, dort konnte man seinen Pokaltitel verteidigen gegen Traps und Spor. Und lange war man auch auf einem guten Weg, um den dritten Titel einzuholen und zwar die Europa League, aber leider war dann im Halbfinale sehr deutlich gegen Manchester United Schluss, die am Ende dann auch noch die Europa League gewinnen konnten. Mesut Özil konnte währenddessen eine unglaubliche Saison spielen. Er hat sich nochmal getoppt und zwar 43 Tore und 9 Torvorlagen. Absoluter Top-Torschütze, obwohl er nur 10er ist und er ist hoch auf eine 87. Und für die vierte Saison wagt Mesut Özil den Schritt zu einem absoluten Top-Klub und zwar dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Hier im Hintergrund sehen wir noch das absolut geile Team von Juventus Turin. Natürlich Özil auf der 10 und ein deutliches Upgrade zu Fener Basche. Und die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Erling Haaland, Phil Voden, Kylian Mbappé und Dusan Vlaovic. Und hier im Hintergrund sehen wir dann natürlich auch noch das Team des Jahres, wieder hauptsächlich mit Manchester City Spielern. Am Ende der Saison konnte Juventus Turin den zweiten Platz belegen. Leider hatte man keine Chance gegen AC Mailand, die mit einem 8-Punkte-Vorsprung den Titel geholt haben. Dafür konnte man aber den italienischen Pokal gewinnen und zwar gegen AS Rom. In der Champions League ist man leider nicht so weit gekommen wie erhofft und zwar war dort im 8. Finale Schluss gegen Barcelona knapp und diese konnten dann auch am Ende das Champions League Finale gegen Leipzig gewinnen. Dafür hat Mesut Özil eine absolut solide Saison gespielt auf der 10 und zwar sind ihm dort 14 Tore, 9 Torverlagen gelungen und er ist hoch auf eine 88. An dieser Stelle lasst gerne ein Like und ein Abo da, um weitere Spieler-Karten nicht mehr zu verpassen und schreibt jetzt in die Kommentare, welchen Spieler wir als nächstes machen sollen. Und auch in die fünfte Saison geht es für Mesut Özil weiterhin bei Juventus Turin. Und hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Juventus Turin und zwar ist der Star-Stürmer Dusan Blauvic leider weggegangen von Juventus Turin. Deswegen gibt es eine Formationsumstellung, um dies zu kompensieren. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Raphael Leau, Erling Haaland, Phil Foden und Kylian Mbappé. Und gewonnen hat Erling Haaland. Hier im Hintergrund sehen wir noch das Team des Jahres, gefühlt echt immer mit Haaland, Mbappé, vielen City-Spielern, manchmal ein paar Barcelona- oder Realspielern und aber diesmal auch mit Kimmich und Florian Wirtz. Und auch in dieser Saison war leider kein Vorbeikommen an AC Mailand im Titelrennen, denn man ist mit einem 13-Punkte-Rückstand auf dem zweiten Platz gelandet. Dafür konnte man ein weiteres Mal den Pokal gewinnen und zwar diesmal gegen AC Mailand. Und auch in der Champions League konnte man überzeugen, man ist ins Finale gekommen, aber ihr seht es schon, dort hat man leider gegen Liverpool mit 1 zu 0 verloren. Dafür konnte Mesut Özil in seiner zweiten Saison deutlich besser performen. Diesmal sind ihm 30-Tor- und 10-Tor-Verlagen in seiner neuen Position gelungen und er ist hoch auf eine 91. Auch wenn man schmerzhaft das Champions-League-Finale in der letzten Saison verloren hat, hat Özil weiterhin absolutes Vertrauen in den Klub Juventus Turin und geht auch in die sechste Saison. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das aktuelle Team von Juventus Turin, die sich auch ein wenig verbessern konnten. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in der sechsten Saison sind Ansu Fati, Kylian Mbappé, Frederico Chiesa und Descartes Dallere. Und ein weiteres Mal konnte Kylian Mbappé den Ballon d'Or gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch das Team des Jahres, natürlich Mbappé immer vorhanden, aber auch diesmal ein Teamkollege von Mesut Özil und zwar Frederico Chiesa. Und diesmal hat es Juventus Turin auch endlich mal wieder geschafft, den Liga-Titel zu gewinnen und zwar mit einem guten 13-Punkte-Vorsprung vor Inter Mailand. Diesmal war ein Pokal leider im Viertelfinale Schluss gegen Genua und am Ende konnte AC Mailand das Finale für sich entscheiden. Dafür hat es Juventus Turin dann wieder ins Champions-League-Finale geschafft. Dort wartete dann AC Mailand der internationale Konkurrent oder nationale Konkurrent, die sie dann mit 2-1 besiegen konnten. Und maßgeblich für diesen Erfolg war auch Mesut Özil verantwortlich, denn er war absoluter Topscorer in seinem Verein. 34 Tore und 13 Torvorlagen sind ihm diesmal gelungen und er ist hoch auf eine 92. Und es geht in die letzte und siebte Saison dieser Karriere-Simulation für Mesut Özil und ich denke, wenig überraschend ist, dass er weiterhin bei Juventus Turin bleibt. Im Hintergrund sehen wir dann noch das Team von Juventus Turin, an dem sich nicht wirklich was verändert hat, nur dass Cody Gagbo für Frederico Chiesa ins Team kommt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem siebten Jahr sind diesmal Kilian Mbappé, Frederico Chiesa, Kulow-Jewski und natürlich Mesut Özil ist diesmal das erste Mal in der Auswahl dabei. Und Mesut Özil hat es diesmal geschafft, in der letzten Saison dieser Karriere-Simulation den Ballon d'Or-Titel sich verdienterweise aber auch zu holen. Und selbstverständlich ist er auch im Team des Jahres vertreten und zwar fast mit der ganzen Truppe von Juventus Turin. In der Serie A war es in dieser Saison ein sehr, sehr knapper und spannender Titelkampf zwischen Juventus Turin und AC Mailand, in dem sich dann Juventus Turin mit einem Punkt durchsetzen konnte. Im italienischen Pokal sah es lange auch sehr gut aus, dort ist man dann aber im Halbfinale durch die Auswärtstorregel einfach noch ausgeschieden. Wusste ich auch nicht mehr, dass es die gibt in Italien und am Ende konnte Rom dann auch das Finale gewinnen. Ja und in der Champions League ist man leider nicht sehr weit gekommen, dort ist man im Achtelfinale gegen Barcelona ausgeschieden, knapp im Elfenwetter schießen und am Ende konnte Manchester United das Champions League Finale gegen Paris Saint-Germain gewinnen. Und auch in der letzten Saison dieser Karriere-Simulation konnte Mesut Özil absolut überzeugen mit 35 Toren und 4 Torverlagen. Schaut euch auch gerne die vergangenen Spielerkarrieren an und schreibt in die Kommentare, welchen Spieler wir unbedingt machen sollen. Bis zum nächsten Mal.